Hallo und willkommen zu Folge 5 von Let's Play Left 4 Dead 2 Mercy Hospital. Ich bin bei dir. Die letzte Zwischenstufe um gerettet zu werden oder wir sterben und müssen alles normal machen. Ja, sterben. Ja, bin ich auch für. Sterben. Sterben. Okay, auf zum sterben. Warte. Ja, sterben. Hey, flach an, ab hier. Boom. Hier liegen noch mal, aber ich habe so eine Rohrbombe, ne? Ja, vorher. Ah, ich habe noch eine Rohrbombe. Ja, warte mal, ich mache so eine Rohrbombe eben hier oben. Ich mache so eine Rohrbombe. Ich auch. Oh Gott, alles. Es waren drei Rohrbomben gleichzeitig. Aber da sind nur noch zwei da. Dump, Dump, Dump. Ja. Tja, ist ja nichts. Strafgepflaster mit Leichenteilen, ey. Das ist eine Mülltonne, mein Haus. Mein Haus ist umgezogen. Boah, cool. Loil. Nee, die Mülltonne, überhaupt einfach. Loil. Von hinten, von hinten. Oh, wo kommt denn hier her? Aus Schussraum, wo warst wieder was? Nein, loil. Das ist das. Du mal. Geht wieder eine Mülltonne, was ist denn hier los? Max Müllton, oder? Was ist mein Haus? Kann ja nichts mehr. Oh mein Gott, er hat mich angekotzt. Oh ne. Oh doch. Oh ja. Das sind die sowieso schon. Ja, das stimmt. Weißt du schon, ne? Ja, kann sein. Ja, kann sein. Ja. Ja. Ja, der Florian ja in der letzten, letzten, vorhin gestorben ist, ne? Da kann ich nichts für, da war kein Geländer, das Ding ist total unter aller Sau. Oh. Ich wollte ja nur sagen, nein. Sechs in der Gebäude mit Bewertung. Das? Echte. Dafür gibts nur ne 9,5. Oh, das ist übel. Kein Medikit hast, würde ich sagen. Ich werde das! Ich merke schon, hier werden wir ein paar mehr Anläufe brauchen. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Da liegen auch noch Kettensägen unten drunter. Geil, Alter. Ich hab mal ein Katana. Oh. Oh. Ah, hier ist noch ein Katana. Aber geil. Oh ja. Kann alles wegmärzen. Oh ja. Ja. Okay. Oh, okay. Oh, okay! Oh, danke, Furea. Ich dachte nur nicht, dass da dein Interview ist. Oh, vielen Dank. Mmm. Jo. Ja, kann sein! Eventuell ... Ey, die sind gerade aus-erfahren, wir ihn haben? Die Leute sind gerade einfach so ... Ah, und in Endes! Furea, willst du gerade was erfahren? haben ja hier oben auf Dach dann verass ich gleich mal im Haus ja genug wenn ich jetzt glaube ich ok Ach da oben drauf ja da war mir vorbei ich versorg dich ähm ja jo vielen Dank Zoe so hier liegen wie die Kitsche Granatwerfer was kann da was kann da nur schief gehen alles ok weg ist Floran ja und ein Gaskalister oh nein ähm ja ich leg mich ins Bett taktisch ins Bett legen aktiviert ich nehm Molly hier liegen noch Robber ne ich schmeiß nicht nachher ja wer ja ihr seid ein bisschen dumm ne oh aus der letzten Ecke kommt bestimmt Zambi raus Mann mit sowas wollte ich schon immer mal hab ich grad ein Zambi gehört äh ne Witch ich geh noch mal nach der Treffer ja Hammer Tatsache ich geh mir auch hier ist die Molly ich bin sowieso mit der Spaß wir bleiben in der Mitte ne ich bin hier meinst du wirklich wenn da irgendwie ein Smoker kommt können wir dir schlecht helfen ja ich bleibe so lange hier bis ich die Molly wegkriege oder wir bleiben alle drin ey ich komm gleich zu euch wir haben Thüringen kaputt ich meinst du hier nicht noch dran ich komm gleich zu dir rüber wir bleiben auf dem Dach ja mach mal von mir aus kommen wir ja schon ich werfe eben die Rohrbombe hier und dann hatte ich's seid ihr bereit? ja ja Hände machen ja geh doch ich hör schon Boomer ach nee Zoe komm her ja komm her 15 Minuten ach nö was? 15 Minuten? das überleben wir nicht oh mein Gott ich hör schon ACHTUNG unter uns ist Hunter pass auf die kommen alle guter Schuss oh die hat's aber richtig die geht der mit zerfetzt so ich bin komm zu euch ne jo wer war das eigentlich liebe Radwerfer das ist einfach mich jetzt ah fuck was macht ihr denn mit Granatwerfer? ja der macht Spaß das ist weg schon und wieder Spaß macht hallo und was macht ihr denn jetzt? und was macht ihr denn jetzt? oh ja das ist richtig heiß ich dachte wow oh mein Gott ja der ist bei uns ja der ist bei uns ach ne nein Hunter Hunter Hilfe Hunter antrag alter danke geh weg hitbel oh man kass Oh, ein Tank. Ich hab hier Monatops. Ich hab auch einen Monatops. Ich hab einen Monatops. Ich hab einen Monatops. Ich hab einen MW. Da kommt er. Oh mein Gott. Pass auf. Ah der ist weg. Was? Das haben wir doch gut geschafft. Ich muss mich verarmen. Bei mir ist ein Jockey. Bei mir ist ein Jockey. Oh shit. Becker Jockey. Okay. Gesellschaft. Jo. Gesellschaft. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh so. Oh mich. So. So viel total. I can get muchos hijos. Du ja. Du. Oh und. Oh Gott. Oh. Na re. Oh. Du ja. Das war ein ganzes Schuren schla Wasser. Oh! Au! Jetzt! Was machst du denn da?! Ach so, unter euch ist ein Schmiss an! Komm, wir mal Zombie! Die Leichterziehe ist richtig hoch, ey! Ja, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Da bekommen wir im Bettung nach. Unter euch. Oh ja, Jockey! Oh danke. Ich höre eine Witch. Eine Witch? Ja. Ja, eine Witch. Ich höre eine Witch? Ich höre einen Tank. Okay, ich höre eine Witch. Ich glaube ich höre eine Witch. Hast du beides? Hörst du auch noch die Tank? Ja, die Techno ich auch. Oh klar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der brennt. Explodiere! Alter! Oh Gott. Wie das ist selbst der Nächste. Kamerad Schwein. Ich meinte natürlich, wir sind doch alle Freunde, wir überleben das zusammen. Fürs Team, Alter, fürs Team. Fürs Team. Meiner! Fürs Team. Super. Weißt du die echt nicht, die Witch? Nö, nö. Nö, nö. Oh, oh, die Endrunde. Alle zum Helikopterplatz, würde ich sagen. Meins denn? Ja, der kommt jetzt. Ich bin der Erste. Ich bin drin. Oh mein Gott, hat er gefallen. Ja, ich bin dabei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist das die Tanker? Wo? Echt jetzt? Oh, Schuss. Habe ich in den Tank reingeschmissen. Ja klar. Wohl Junge. So muss er doch. So. Einfach an den Tank vorbeischleichen. Du wusstest ja auch nicht. Oder? Ja. Haben wir geile erste Kampagne, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Das Ding hat mir schlechter vorgestellt. Ja, ich habe mir vorgestellt, ich sterbe öfter. Ich auch. Ey, du bist doch mal gestorben. Komm mal. Wenn man jetzt sehen, wie man mal gestorben ist. Todesfälle fahren die Dark Mix 2. Ja. Alle anderen 0. Ja, da kann ich aber nichts für, wo ich da gestorben bin. Ja, ja, hatte ich das auch gesagt. Vielleicht war es so wahr. Ja. So. Okay. Äh, damit würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei der fünften und äh, letzten Folge von Mercy Hospital. Weiter geht's mit... Ich weiß es gerade gar nicht. Kann doch nachgucken. Haha. Ich könnte nachgucken. Ich könnte nachgucken. Oder überraschen, überraschen. Ja. Sag aber nichts. Oh, 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 jetzt. Au. Hast du schon nachgeguckt? Oh, oh. Oh, noch nicht ganz. Aber hat man wahrscheinlich gesehen. Aber egal. Wir sagen einfach, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Left4Dead2 mit uns dreien. Also denn. Ciao. Eventuell auch vier. Ciao, Leute. Ja, eventuell auch vier. Ach ja. Oh. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.